Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fantasy-Rama. Ja, und uns läuft die Zeit ein wenig davon und ich muss gerade sagen, dass mich derbe gerade die Musik stört. Ich könnte sie ausmachen, mach es aber nicht. Äh, aus ganz ominösen Gründen. So, ähm, ich hab schon wieder etwas Neues gepflanzt. Ich hab zu einem Mal wieder ein neues Jahre-Klee, ähm, gepflanzt fürs Futter für den Gekko. Und Gekko, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, aber zunächst wollen wir mal gucken, was, ähm, ich hab mal ein bisschen vorbereitet. Wir gehen nämlich heute mal wieder zum, äh, wir gehen heute mal ein bisschen spielhennen. Spielhennen. Äh, achso. Äh, okay. So, hier sind wir wieder beim Haustier und ich frage mich, ändert sich der Balken hier mal? Ich weiß es erst gesagt nicht, aber es sieht so aus, als würde es noch lange dauern, bis unser, ähm, was ist das eigentlich? Ein, ja, bis unser Grimagi, ähm, erwachsen wird. Und zumindest zu einem Teenager, zu einem pubertierenden Teenager. So, und ich würde sagen, wir spielen erst mal. Ich weiß nicht, was die rosa-rote Rassel zu bedeuten hat. Ich drück mal. Mal gucken, hat das eine Veränderung? Äh, äh, naja. Ach, das ist immer wieder süß. Och, süß. So, wir hatten ja letztens noch, äh, Feuerwasser gemacht. Ähm, füttern. Aber warum hab ich zwei? Ich hab doch letztens... Naja. Oh, sweet, sweet, sweetheart. Ähm, oh. So, ähm. Hat er immer noch Hunger? Komm, wir spielen noch mal einmal. Man kriegt ja, ähm, zumindest ist bei mir jetzt so aufgefallen, dass ich jeden Tag eine Rassel kriege, wenn ich mich dort anmelde. So. Spielen wir noch ein bisschen. Und der Balken, äh... Ah, ja, okay. Ähm, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Und ich wollte doch da... Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Ähm. Hier ist unser Lager. Ah, da müssen wir... Ich weiß nicht. Sollen wir mal wieder in die Küche gehen und ein bisschen was kochen? Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich ist einigen aufgefallen, dass ich wieder abermals aufgeschnitten habe. Das geht hier ratzfatz. Ähm, das war dann aber auch... Ähm, bleh. Das war dann aber auch bei, ähm, Famarama so, dass wenn man noch low ist, äh, sozusagen noch so, na, in den Kinderschuhen des Levels, ähm... Muss ich mal kurz anders hinsetzen? So, äh, ähm, ist ein bisschen unbequem, äh, unbequem gerade, weil das ein bisschen eng ist. Äh, egal. Warum blinkt das hier? Aha. Ach ja, hier waren wir ja schon mal ein... Bäh. Das Deutsch verlässt mich heute. Hier waren wir schon einmal. Ähm, ich glaube, das war... In der ersten Folge, das ist sozusagen der Platz, wenn unten der Platz ausgeht, wenn unten zu viele Tiere sind. Ich weiß nicht, wie viele Haustiere man hier... Jetzt hätte ich bei ihnen einen Fehler gemacht und hätte hier draufgeklickt. Das wäre aber mies. So, ich gehe mal wieder zurück zur Weltkarte. Mal gucken, was... Auralia-Fest ist immer noch, aber, äh... Äh, warm wärmen wir hier noch nicht richtig. Uns fehlt immer noch etwas. Ähm... Kristallspeicher. Ah ja, das hatte ich ja schon mal gezeigt. Ähm, da kann man, äh, die... Ja, die Dinger hier halt, ähm, in Kristallen umwandeln. Sozusagen. Ist sozusagen die Bank. Äh, wir gehen mal ins Passar. Wohl, das machen wir später. Erfahre hier die zauberhaftesten Neuigkeiten aus der Welt der Feen. Äh, ja. Was? Mondkristall? Ja, komm, mach mal mit. Nee, machen wir nicht mit. Oh doch, hier, guck mal. Was ist das? Es lädt. Es... Es lädt spontan. Dann eben nüchzt. Geschwind wie... Sonnstein. Aha. Schirmpelz. Ach so, das haben wir ja. Das ist okay. Äh, Bäume züchten. Hä? Was ist denn das für ein Schwarzfeld? Ich, äh, brauche also, ähm, zwei Edelkastanier um eine Edelka... Eine alte Edelkastan... Ich greife mir spontan am Kopf... Und frage mich... Hier kannst du täglich tolle Sachen gewinnen. Oh, da gehen wir doch mal rein, ne? Ach ja, das ist, äh, sozusagen die Wind... Neu... Ja... Ähm, hier seht ihr schon... Das ist sozusagen das Glücksrad... Ein bisschen... Aber ich glaube, das hatten wir schon... Hatten wir das schon gemacht? Wähle ein Netz. Aha, aha, okay, okay. Ähm... Das ist das hier mit dem fabelhaften Netz. Ich mache aber ein einfaches Netz. Oh Gott, ich kenne das Spiel. Ich kenne das Spiel. Und ich muss sagen, ich bin da nicht wirklich geübt drin. Ach so, ich muss ja auch noch draufdrücken. Äh... Stopp. So, was kriegen wir denn? Oh, Hufeisen. Bring Glück. Hängst du über die Tür, Haustür... Dann hast du Glück im Haus. Ja, nein! Nein! Ja! 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 Komm, Alter, haben wir Glück heute? Nein, haben wir nicht. Doch! Alter! Nein! Knapp! Aber natürlich mystisches Futter. Das ist immer gut. Ähm... Was nehmen wir denn? Mystisches Futter oder Sterntaler? Ich würde sagen, Sterntaler. Weil, äh... Das brauchen wir sicherlich. Und wir sind so oder so ein bisschen arm dran. Können wir noch einmal spielen? Ja, wir können noch einmal spielen. Uh, uh, uh. Was? Äh, äh, äh... Kriegen wir jetzt? Einen scheiß Pilz. Äh, okay. Nächste. Nein! Ja! Ich denke immer, das rutscht daneben. Okay. Auf zum Nächsten. Haben wir Glück? Haben wir Glück? Ja, wir haben... Nicht-Glück. Immer der Letzte. Ich nehme noch ein paar... So. Glücksquelle heißt das Ganze. Das ist wunderbar. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Yay. So. Ich müsste aber nicht vergessen, äh, drauf zu klicken. So, was haben wir jetzt? Abermals den Pilz. So, und jetzt mache ich das letzte Mal. Äh, das letzte. Scheiße. Ich sagte, der Letzte ist immer, äh, querwetten. Das ist jetzt ein Pilz? Nee. Wir haben gar nichts. Oh, Rotohren. Die nehme ich. Auch wenn... Scheiße. Jetzt war es das. Wir können, glaube ich, jetzt mal nicht spielen. Also nicht mehr. Äh. Okay. Bäume, Zucht. Ich gehe mal zurück, äh, ins Weltheim. Denn hier können wir nämlich Jareklee ernten. Und pflanzen sofort Neues. Denn der ist uns sozusagen ausgegangen. Boah, ich mag den, äh, Trick mit der SCAG-Tasse. Super gemacht. Super. So. Äh. Ja. Äh, wo finde ich den jetzt? Ach ja. Ich gucke mal nochmal bei den Aufträgen. Mal gucken, was wir schon alles... Alle, die können. Weisch. Nee. 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 Oh, hier. 66%. Oh. Die Gekos haben wir alle. Es braucht ja nur zwei. Und wir haben vier. Das ist super. Ähm. Uns fehlt nur der Jareklee. Das ist auch okay. Haben wir dich? Füttern wir dich. Oh, wir müssen dich dringend füttern. Siehste, wir müssen auch noch Frösche kaufen. Ähm. Können wir... Nee, wir können nur zweimal machen. Dann geht uns das Jareklee aus. Wir müssen dringend wieder, ähm... Das machen wir dann aber nach dem Fest hier. Ja, so lange sammle ich noch einen. Aber ich glaube, das ist so... Boah. Das ist ja wirklich echt krass gemacht. Ein bisschen übertrieben. Aber wenn man die Zeit dazu hat, ähm, hier eine Weile zu spielen, dann, äh... Also durchgängig 24 Stunden, dann schafft man das sicherlich. Aber wenn man jetzt nicht wirklich die Zeit hat, dann sieht das, äh, sieht man alt aus. Ähm. Nun gut. Ich wollte eigentlich in den Shop gehen. Aber ich habe, ähm... Ich kann mal sagen, ich habe zwei Tage jetzt nicht mehr gespielt. Nee, zwei Tage. Naja, ihr wisst schon. Ähm, seit Montag nicht mehr gespielt. Und jetzt bin ich sozusagen ein wenig am Arsch, weil ich habe alles vergessen. Alles. Na gut, nicht alles, aber einiges. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Äh... Tama, nicht alles. Tama, nicht alles. Tama, nicht alles. Oh, sorry! Ah, okay! Okay! Das war's für heute. So, alles geschafft. Alter, schlimmste und lustigste Folge ever. Echt, die Folge hat mir echt gefallen. So, was hatten wir denn hier? Ja, das hat sich noch keiner getraut. Hier ist das Lager wieder. Ach ja, ja, der Klee. Und im Übrigen ab Level 5, das hab ich ja noch gar nicht gezeigt, ähm, wo, äh, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Das ist echt furchtbar heute. Äh, Sachen? Hä? Ich... Die... Ich bin spontan... verwirrt. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja, ah ja, ah ja. Oh, ich geh mal schnell zum Tierchen. Mal gucken, hat sich da etwas geändert? Nö. Also, dass der weiterhin spielen will. Wir haben aber kein Spielzeug mehr. Futter kriegst du morgen wieder, Kira. Äh. Hä, warte mal kurz. Guck mal, die Leiste hier ist nicht nur orange, sondern die ist jetzt nur noch weiß. Und es scheint, als wäre hier etwas aufgestiegen. Hm. Hm, vielleicht ab und zu dieser Bonus verkürzt die Wachstumszeit deiner Pflanzen beim Säen um 2% für noch. Ja, und der Kleine will weiterhin spielen. Ähm. Äh, ich habe aber keinen Spielzeug mehr. Tut mir leid. Das tut mir so leid. Was haben wir hier? Ja, hier kommen wir nicht richtig dran, weil dieses Missteil hier ein bisschen... Achso, ich kann es ja... Verzeiht. Verzeiht mir, dass ich... Äh, solche Ausdrücke in den Wur... Äh, blech. Ich kann heute wirklich nicht mehr reden. Ähm, dass ich solche Wörter in den Mund... Was ist denn das? Achso, achso. Das ist der Bonus. Er juckt mir spontan das Auge. Und wie es aussieht, haben wir Feenstaub. Oder? Wir haben Feenstaub. Aber kein dieses, ich nenne das jetzt mal weiter, Superfutter und Sternstaub. So. Ich weiß nicht, sollen wir uns eventuell noch ein Bäumelein holen? Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig. Hier einmal Jade. Nein! Ich klicke da immer wieder drauf. So. Und zwei Stück Kürbisse nehme ich mit. Oder fünf Stück. Ich habe die zwei gedrückt. Eigentlich. Habe aber auf die fünf gedrückt. Äh. Was? Äh. Was war denn das gerade? Äh. Na gut. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Es tut mir leid. Aber die Folge war heute ein bisschen verpeilt. Wir können jetzt aber noch kein Futter machen. Oh ja, doch. Wir können. Wir können. So. Davon können wir ein bisschen mehr machen. Zubereiten. So. Und der Timer sagt Schluss für heute. Ja, Timer. Danke. Okay. So. Also das soll es erstmal gewesen sein. Ich kann nur sagen. Schlimmste. Naja. Nicht so ganz. Aber lustigste Folge ever. Ähm. Bei Fantasy Rama. Ähm. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Nun gut. Aber. Ähm. Das soll es auch wirklich erstmal gewesen sein. Die Folge ist schon viel zu lang. Ähm. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Koski. Tschüss.